Ich dachte, wir wissen noch nichts von Gate. Naja, so wir haben noch das Level, da waren wir an der Stelle nicht weitergekommen. Und hier haben wir gar kein Land gesehen. Da konnten wir diesen Sprung noch nicht schaffen. Ah nein, wir wollten noch mal hier rein, weil wir dort diesen anderen Weg nicht gegangen sind am Ende des Levels. Und ja, das ist wichtig. Da könnte eine Kapsel sein. Da sollte eine Kapsel sein. Oh, das Spiel braucht Aufmerksamkeit. Heul nicht rumspielen. So, wir haben bekommen. Ah. Okay. Boah, Mann. Ob das was bringt? Ich bin gespannt. Nö, nicht wirklich. Also, das blockiert echt nur Schüsse. Wie uncool ist denn das? Wow, wow. Oh, ich dachte, die machen uns Schaden. Anscheinend doch nicht. Okay, warum warte ich dann hier die ganze Zeit? Jetzt hat es Schaden gemacht. Also, wenn sie... Wenn sie an sind, macht es keinen Schaden. Oder nur ab und zu. Okay. Mann, ihr dreckigen Mücken geht mir nicht auf den Senkel. Mann, hört auf, mich anzuschießen. So. Bam, bam. Bam, bam. Ach, Mann. So, diese dreckigen Plattformen-Dinger. Uuuh. Geh weg. Mach schon tot. Stirb. Ja, los. Ah. Ah. So. Okay, das reicht noch nicht. Das ist dafür. Ja. Ah, das schießt gut. Oh. Das habe ich getan. Okay. Irgendwas liegt da cool rum. Jetzt wäre natürlich unser anderer Schuss besser. Ah, ja. Okay. Ah. Au. Also, lustiges Schalterrätsel. Jedes Mal, wenn das drauf schießt, verändert sich dort der Schuss... Äh, die. Die Schussrichtung. So. So. Du schießt... Das müsste klappen. Na? Oder auch nicht. Au. Okay, das ist falsch gewesen. Uuuh. Wieso klappt das nicht? Au. Es klappt. Okay. Ah. Okay. Äh. So. Yay. Wow. Wow. Okay. Coole Sachen. Ich habe was gefunden. Ey. Das ist total cool gerade. Ähm. Übel, wie ich einfach durch die Wand gehackt bin. Hui. Ach, mach's tot. Ah. Nein, ich will den erst retten. X. Now I give you data for an armor. Pro- Obtain all four programs so the armor will be complete. The one I give you now is the body program for the blade armor. With this program you will take less damage and the damage you receive will be converted to the energy to perform the Giga-Attack. Please save the world from our nightmares. Okay. Na, ich will hier unseren Freund retten. Wisst ihr, der kann da rumschweben. Und sich scheinbar wegporten. Aber braucht uns, um hier irgendwie voranzukommen. Ha. Ich fände mir so ein bisschen seltsam. Naja. Och ja, ist jetzt okay. Geh mich auf den Senkel. Böser. Mist. Ach Gott, wie denn das? So? Hopp. Höh. Okay. Nein! Oh. Jetzt habe ich so eine blaue Kugel verloren. Nur weil das alles so fies ist, ey. So ein Scheiß. Nein, hilf ihm. Nein! Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Die Level sind teilweise einfach nur bescheuert. Aufgebaut. Wo bin ich denn jetzt, ey? Nee, ich wollte das Herz. Boah, jetzt kommt der nicht zu mir. Was soll denn das? So. So. Mann. Ja, komm. Na. Jetzt blockt das auch noch meinen Schuss. Ach, Mann. Hä? Hä? Wo bin ich denn verreckt? Ähm. Okay. Tschüss. Ach, Mann. So. Ich weiß nicht, wo ich verreckt bin. Ah. Okay. Jetzt weiß ich's. Okay, ich glaube, dem könnten wir entgegenwirken. Oder? Wir können uns doch da draufstellen. Nee. Au. Machen wir das jetzt? Hm. Ach, was soll's. Was war das jetzt für ein Tank? War das ein Tank? Ja, ein Waffentank war's dann. Na los, schieß. Boah, scheiß Mücke. Boah. Ist okay. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Au. Erstmal das da einsacken. Ehrlich jetzt? Wie komm ich denn da hoch? Nein. Boah. Ha. Falcon Armor. Super. So komm ich da nicht hoch. Da brauch ich definitiv die Falcon Armor. Und cool. Aua. So. Ähm. Ähm. Boah, die Viecher. Mann, na. Ähm. Och Mann, ey, tötest du es doch. Dann halt nicht. Zack, durch hier. Okay, das ist jetzt nicht gut mit dem Vieh da hinten. Häää. Häää. Wir hatten diese... Das ist fies. Vor allem, dass ich hier jetzt die Falcon Armor stellenweise brauche. Was soll denn das? Ehrlich jetzt. Boah, diese Drecksmücken. Geht mir schon minimal auf den Sack. Wie gehst du jetzt weg? Stößt das mich hier einfach in irgendwelche Dornen? Häää. Ui. Ach, es kommt schon wieder. Dragonfly. Ah, was? Warum? Mann. Oh, jetzt fängt das so an. Was soll denn das? Halt dich gefälligst fest. Nein. Arschloch. Gut, da oben sterben wir direkt. Das haben wir ja schon feststellen müssen. Boah. Wir haben schon so viel Schaden bekommen. Ist auch nicht schlecht. Komm jetzt. Oh. Komm sch... Mann. Ist okay. Ist einfach nur okay. So. Können diese Kackbienen nicht bitte daran sterben? Oh nein, böse. Mach kaputt. Wie kriege ich denn den jetzt? Ohne zu sterben. Oh. Häää. Okay. Okay, wunderbar. Aber für das andere brauchen wir die Falcon Armor. Häh. Häh. Was? Ähm. Oh. I found you at last. Was? Let's fight together to retire the Mavericks. Just like we used to. Fine. The first subject to be retired is you. So you've become a Maverick? I was worried that you might. I retire you personally. Ähm. Ich bin gerade verwirrt. Wow, wow, wow. Wow. Er ist weg. Ja? Wow, wow, wow. Er hat schnelle Schüsse drauf. Wow. Ja, 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 ja. Okay, wir haben jetzt einen Zero-Mite. Ein Leidmeer am Hals. Aber dank unserem... Wow, hast du einen Megaschaden. Scheiße. Eintreffer und wir sind tot. Okay, wir müssen warten, dass er das... Wow, 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 wow. Kacke, kacke, kacke. Oh, lass mich hier weg. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Krass. Ha. Coole Sache. Also, äh, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Sorry für das Nasenroutine. Irgendwie gesagt, Fetschen. Ha. Wir haben sowas wie ein, naja, nicht Secret gefunden, aber Option... Oh, keine Ahnung. Jedenfalls ist es ein Zero-Nightmare. Ja. Reaktion wie eine tote Kuh. Ach, wie eine dumme Kuh. Super. Also lieber in seine Schüsse reinspringen. Weil... Ja, das wollte ich jetzt gerade mal testen. Ey. Okay, jetzt rastet da... Wow. Anscheinend rastet da minimal aus, wenn man das mit ihm macht. Also, wenn man ihm seinen eigenen Schwert haut. Werden wir aber nochmal tun. Hahaha. Ah. Aber im Endeffekt hat es halt nur diesen einen Schlag besonders was gebracht. Hm. Ist ja gut, dass man hier immer wieder antanzen kann. Könnte es sein, dass in jedem Gebiet ein Zero-Nightmare ist? Wow, wow. Shit. Aha. Ja? Okay, jetzt macht er das. Schade. Ich dachte, er rastet aus. Ey, ich wollte... Ich stöhne dich dreckig an. Oh shit. Oh, ich hätte mich drucken müssen. Verdammt. Wow. 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 Oh, oh. Schießen. Ja, man. Okay, interessant. Das ist geil, sobald ich den Zusammenhang jetzt nicht ganz verstehe. Was? Was? Ich habe das Gefühl, dass die Daten und die Geräte... Ich habe das Gefühl, dass ich nichts gefunden habe. Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht. Das war das Wettbewerb. Ich denke, dass diese Mäste in den ganzen Welt verletzend ist. Ich bin jetzt hier. Ich werde das Wettbewerb wiederholen. Ich werde das Wettbewerb nicht mehr so machen. Wenn man die Repreloid nicht mehr verletzt, kann man nicht mehr zurückkonten. Das ist das Wettbewerb. Oh, okay. Okay, I'm... Ich bin gespannt. Wow. Oh, da ist was plus. Die haben ja kaum was dabei. Uh, okay. Drei neue Dinger. So, D-Barrier. Weapon plus. Und Energy up. Stage select. Kein Kommentar zu Zero. I know that you have only just returned, but I need to ask you something. Will you help X and carry out the missions? It is my job. I'm a Maverick Hunter. I have been away for a while, but I am ready to fight for peace. Okay, äh, Frage. Wow. Oh, ich komme da nicht mehr raus. Ah doch, Puh. Ähm. Wir können jetzt als Zero spielen. Ah, mhm. Interessant. So, wir haben... Äh. Ja. X Sachen auswählen. Wir haben das Reapon plus. Mhm. So, das kommt mal weg. Das kommt hin. D-Barrier. Hm. Nehmen wir mal mit. So. Und Power... Was macht das? Was macht das? Zero braucht nix. Den werden wir eh nicht spielen. Naja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, hier belassen wir es bei und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ich bin raus. Ciao. 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 Ciao.